Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Battlefield 3 Singleplayer. Wir sind gerade bei Operation Gelatine im Schwierigkeitsstufe Normal. Wir fangen gleich mal an. Jetzt ist ein Tag nach der letzten Aufnahme und ich habe mir die Aufnahmen ein bisschen angesehen. Ich weiß, dass der Verhör immer ein bisschen leise ist und sorry, da kann ich aber nichts für. Im Spiel ist es auch ziemlich leise, also ich muss darauf manchmal wirklich sehr genau hinhören. Jo, wir waren gleich am Anfang von der nächsten Mission und wir steigen einfach gleich mal ins Geschehen ein. Wenn es zu Ende lädt. Hallo? Ja, ok. MG-Stellung zerstört. Wir haben noch nichts gemacht, aber ok. Wir haben eine schön große Stadt. Allerdings, noch keine Waffenlaster. Nee, die Mühlen des Schicksals malen langsam. Ich höre. Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0.300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garibans Regiment die Jaffee-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Helmutke in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kulschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit, auszusteigen. Verstanden. Da ist Tame-Maker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole, Mission startet. Sir, verstanden. Blackwell, nimm den Mörser. Hihi. Los. 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 Attacke auf sie mit BG-Gebrüll. Boah. Jetzt gleich mal hier ein kleines Massaker starten mit unserem Mörser. Aber erstmal in den Berg runterrollen. Es sind auch überall solche, ich weiß nicht, sind das Laternen oder irgendwelche Leuchtsignale? Schwer zu erkennen. Los, Jungs. Genau. Hier. Okay. Das war's schon? Okay. Coole Sache. Los. Rüber. Rüber. Geschafft. Au. Ich sehe gar keinen Gegner im Moment. Es blendet ein bisschen. Okay. Oh, es blendet ein bisschen arg. Es blendet ein bisschen arg. Bisschen schwer mit der umzugehen. Was haben wir denn? Oh, Schrot. Nice. Okay. Immerhin der her. Uh. Nice. Das ist nur Tauen. Boah. Bisschen in Deckung gehen. Los da. Vorwärts. Was soll ich machen? Granate? Ach, das war leider daneben. Was soll ich denn jetzt zerlegen, Alter? Lass mich verarschen. Ja, leg dich doch einfach gleich in meine Granate, du Opfer. Oh, Mann. Ja, hier ist allerdings zum Zerstören, oder? Alter. Egal. Einfach mal weiter. So, da rushen wir jetzt mal vor. Guck mal, geschmeidig eine Granate rein. Schön. Oha, da ist noch eine Granate hinterhergeschmissen worden. Ui. Hallo, Leute. Ähm, genau. Da gibt's nichts zum Zerstören. Jetzt kommt's mal her. Kommt's mal herinnen. Alter, halt die Fresse, Mann. Egal, wir gehen einfach mal weiter. Und, und los geht's. Jetzt müssen wir wachsam sein. Geh dich hin. Die Tür ab. Gerade auf. Boah. Oha. Was war das denn? Jetzt gibt's hier auch nix mehr. Okay. Hier. Hier lang? Okay, Jungs. Gehen wir mal hier lang. Hier. Okay. Okay. So, jetzt wird erstmal so ein bisschen gechillt hier. Bisschen mit so ein paar, ich weiß, die sind jetzt Jeeps, oder? Keine Ahnung. Ein bisschen rumdüsen. Wir sind die Kusen, wenn wir cruisen und so. Macht uns nix. Bestätigt. Internet ist auf der Straße. Wie schreit sich das aussieht. Der Ball nach außen noch gerade von uns hat man den V3 ausweichen. Wir können sich überraschen mit der Abfahrt. Wir müssen die Initiative ergreifen. Ich hab mich gerade zugestimmt, wenn er in Ital zu geraten. Aber schließen wir uns nicht selbst und nehmen ihn die Arbeit an. Also wir sollten in einen Hint halt geraten. Das wäre natürlich nicht so schön. Boah. Und noch ein Treibstoff-Lkw. Nicht so cool. Wir müssen dem hier folgen, okay? Dir nach. Alles klar. Wir nageln sie jetzt einfach fest. So, weiter. Schneller, Jungs. Schneller. Na klar bin ich der Erste, der hier durchrennen. Wer denn sonst? Geh doch hoch. Geh doch vor jetzt. Ja. Ist doch alles schon sicher. Ja. Campo und äh. Verstanden. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Hä? Da sind die Gegner. Pussy. Los. Vorjungs. Das schaffen wir. Wir sind jetzt gerade ein bisschen getroffen. Run. Ja. Weg mit dir. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Granate. Öh. Granate, Jungs. So. Geschafft. Erstmal hier schön sauber gemacht. Munition ansammeln. Und weiter geht's. Hoch mit dir. Alles ziemlich zerstört aus. Nach dem Erdbeben. Die Brücke hat's ein bisschen tiefer gelegt. Jetzt lass mich doch da mal durch, ey. Blockiert die Sau. Au. Weiter, 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 weiter. Nicht anhalten. Immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Weg mit dir. Wir sind jetzt mal hier gerade stark an der Front. Oh. Wir kriegen gerade Feuer. Das war wohl zu weit vorne. Scheiße. Gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob unsere Teammates überhaupt irgendwie Schaden auf die machen oder so. Keine Ahnung. Müssen wir lang. Hier. Okay. Irgendwie kommt es mir nicht so vor, als ob die richtig alle töten und so. Ja, natürlich. Wir sterben jetzt sofort, oder? Lass mich verarschen. Mal nachladen. Und weiter. Erstmal ein Double gelandet und hier ist schon eine Granate unterwegs, Jungs. In Deckung gehen. Hier auch gleich mal wieder zwei Männer umgebracht. Weg mit dir. Weg mit dir. Und wieder eine Granate. Zurückziehen. Weg mit dir. Meine Granate werfen haben wir welche? Nein, haben wir natürlich nicht. Ah. Ey, der schießt nur auf mich. Das ist der Hammer. Der schießt überhaupt nicht auf meine Teammates, sondern nur auf mich. Scheiße. Oh, Mann. Also, mit der, mit dem, mit der anderen. Primärwaffe können wir da auch nix viel ausrichten mit der Schrot. Das ist eine große Distanz und so. Ey, die sind sofort so fixiert auf mich. Ey, die sind sofort so fixiert auf mich. Wo sind meine Teammates, Alter? Da hinten. Ja, okay. Jetzt macht mal hinne hier. Wo ist das, libre. Na, so. Da, ich weiß.